Lilli hat mir erzählt, dass sie viel Sport macht und so. Andi, du könntest ihr doch mal dein Dings zeigen. Mein was? Na sag schon, dein Dings, dein... Penis. Was hältst du eigentlich von den Teamkrisuren? Wie kürzer die Hecke? Bisschen größer das Haus. Scheiße. Was ist denn los? Riffst du mir? Hier drauf lassen. Bist du bereit? Auf drei, ja. Hast du dich? Ja, ich dachte, je kürzer die Hecke, desto größer das Haus. Das Haus bewegt sich. Das Haus bewegt sich. Vielen Dank.